Herzlich willkommen hier zum Video. Mein Name ist Alex, das ist Marvin und willkommen hier auf dem Kanal der A&M. Wir wollen uns heute fünf Dinge anschauen, wie du Mitarbeiter findest. Und die ersten vier sind Dinge, die teilweise kreativ sind, die du vielleicht schon mal gehört hast, vielleicht aber auch nicht. Und die fünfte Sache ist eine Sache, die dir garantiert bewusst ist, dir aber einfach aktuell viel zu wenig machst. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen hier zum Video. Wir fangen direkt an. Wir wollen nicht zu viel Zeit verschwenden. Also das Erste, worum es geht, ist einfach mal wirklich aktiv deine Leute zu fragen. Also aktiv zu fragen, hey, wen kennst du denn, der in Frage kommen könnte. Und wenn du das machst bei den Leuten, wirst du feststellen, hey, da kommt immer wieder ein Name bei uns. Die Hälfte der Leute, die bei uns sind, würde ich sagen, ist über eine Empfehlung von anderen Mitarbeitern gekommen. Also da kann man schon eine relativ gute Lawine aufbauen. Ja, also einfach mal fragen, wen kennst du vielleicht früher aus der Ausbildung, wen kennst du noch aus der Berufsschule, wer könnte dir da einfallen. Und vielleicht noch ein kleiner Geheimtipp so am Rande. Es funktioniert auch sehr, sehr gut, wenn du eine kleine Belohnung dafür ausschreibst, ja, kleines Kopfgeld sozusagen, dass du im Prinzip sagst, hey, wenn ihr mir jemanden nennen könnt, der dann bei uns anfängt, der auch dann die Probezeit übersteht und der hier bei uns in Betrieb bleibt, dann bekommst du, keine Ahnung, 300 Euro, 500 Euro. Es gibt auch Leute, die machen 1.000 Euro, 1.500 Euro, ne, je nachdem auch, wie groß der Druck letztendlich ist. Kann man da aber auf jeden Fall die Kreativität auch deiner Mitarbeiter anregen. Ja, genau. So, Punkt Nummer 2. Stellenausschreiben. Klingt banal, aber wir machen ganz oft auch die Erfahrung, auch bei unseren Partnerbetrieben, dass man zwar sagt, ey, wir suchen Leute und dann schaut mal auf die Webseite und dort gibt es gar keine Stellenausschreibung. Es gibt gar keine Stellenausschreibung. Man muss dann irgendwie sich durchklicken, fünf Menüpunkte, bis man es irgendwann mal findet. Manche pappen das auf ihren Montagewagen hinten drauf, ja, wir suchen, melde dich unter Bewerbung, Add so und so, ja, aber ich kann gar nicht auf die Webseite gehen und mir die Stelle überhaupt mal ansehen, worum es da geht. Deswegen ganz banaler Tipp, aber sorg dafür, dass auf deiner Webseite irgendwie eine Übersicht ist mit den Stellen, die ausgeschrieben sind, wo man auch erfahren kann, was sind meine Tätigkeiten dort genau, was verdiene ich da auch und genau, dass ich einfach dort Informationen habe, mich zu bewerben. Ist übrigens auch eine Sache, Stellenausschreiben, das lässt sich auch nach außen einfach professioneller wirken, weil du bist ein Unternehmen, das sucht, was gerade Leute sucht, alle suchen, das ist klar, aber du zeigst wirklich, dass du suchst. Du hast dann halt fünf, sechs, sieben Stellen ausgeschrieben, vielleicht Leute, die du gerade gar nicht aktiv suchst, weil du einen guten findest, den du auch einstellen würdest und das zeigt natürlich auch deinen Kunden, das zeigt natürlich auch den anderen Leuten in der Region, hey, die suchen ja wieder viele Stellen und bei denen scheint es ja gut zu laufen. Das ist der Gedanke, also es hat mehrere Vorteile, Stellen auszuschreiben. Genau. So, nächster Punkt. So, ich ziehe mal zu dir rüber. So, jetzt kannst du. So, das Teamwork. Genau, das nächste Thema ist das Thema Hürden senken. Bedeutet, dass ganz viele Leute halt, ich sag mal, künstliche Hürden dadurch aufgebaut haben, dass zum Beispiel man eben nicht einfach mal auf ein Formular klicken kann, sich eintragen, sondern dass man eine Bewerbung schicken muss. Ich habe jetzt letztens auch Unternehmen erlebt, die an sich sehr gut aufgestellt sind, sehr smart auch sind und trotzdem, wenn ich auf die Bewerberseite von denen gehe, dann steht da, jo, schick deine Bewerbung mit den Unterlagen bitte an Info-Ad. Das macht keiner. Das ist eine extrem geringe Wahrscheinlichkeit, dass sich dann jemand meldet. Und dieses Hürden senken ist ganz, ganz wichtig, weil du willst halt nicht die Leute haben, die gerade irgendwo arbeitslos sind und irgendwo unterkommen, sondern du willst die haben, die irgendwo in Lohn und Brot stehen. Und an die Leute kommst du halt nicht ran, wenn du denen so eine Hürde halt gibst. Sondern du musst es einfach machen. Hürde senken soll nicht heißen, dass du am Ende keinen Lebenslauf und kein Anstreben oder so von den Leuten bekommst. Hürde senken soll nur bedeuten, dass du den Erstkontakt zu diesem neuen Mitarbeiter, dass du den so schnell wie möglich hinbekommst. So einfach wie möglich. So einfach wie möglich. Ja, weil wir wollen letztendlich die Telefonnummer, vielleicht noch die E-Mail und den Namen von der Person. Mehr brauchen wir eigentlich im ersten Moment nicht. Und halt die Information, dass er sich für eine bestimmte Stelle interessiert. Weil dann können wir ihn schnell anrufen und sagen, ey, cool, dass du dich gemeldet hast. Du hast ja Interesse hier als Anlagenmechaniker zu arbeiten. Und pass auf, kannst du mir vielleicht nochmal deinen Lebenslauf zuschicken? Dann weiß ich auch ganz genau, wie so dein Background und so weiter ist. Dann habe ich aber schon mal den Kontakt, dann habe ich schon mal diese Stimme, dann habe ich schon mal, der Bewerber hat schon mal deine Stimme gehört, du hast schon mal seine Stimme gehört oder ihre. Und dann kannst du sozusagen, hast schon mal einen Erstkontakt gemacht und dann kann man ja erstmal die weiteren Dinge klären. Wenn du aber erstmal so eine große Hürde aufbaust, dann kommt es ja gar nicht erst zu diesem ersten Gespräch, zu diesem ersten Kontakt, weil die Person gar keine Lust hat, jetzt schon mal den Lebenslauf alles hochzuladen. Vielleicht sieht sie das auch irgendwie nur in der Bahn oder so und ist abgelenkt. Dann kommt es eben nicht zu dem Erstkontakt. Deswegen Hürde senken. Genau, der nächste Punkt. Ja, der nächste Punkt ist tatsächlich, die modernen Medien nutzen. Klar, wir als digitale Agentur sind natürlich da ganz weit vorne mit dabei, was das angeht. Aber es macht einfach viel mehr Sinn, online sichtbar zu sein, wo man halt aussuchen kann, wen man erreicht. Also in einer Zeitung, wo man wahrscheinlich für 90 Prozent der Leute, die die Zeitung kaufen, Geld bezahlt, die aber niemals bei dir arbeiten könnten. Und die modernen Medien haben verschiedene Vorteile. Zum einen ist es viel präziser, man kann es viel besser nachvollziehen, man kann es viel besser optimieren. Vor allem aber auch, hat man dadurch automatisch halt für die jüngeren Leute eine ganz andere Anziehungskraft. Weil die sehen, hey, warte mal, das Unternehmen, das in einer konservativen Branche ist, was jetzt aber auf digitalen Wegen sucht. Und das spricht Leute einfach mehr an. Das sagt mehr, so eine Werbung zu machen, sagt schon mehr aus, als die Texte, die teilweise drinstehen. Das war in der Vergangenheit, als wir mit dem Thema komplett gestartet haben, war fast jeder Bewerber, der gesagt hat, ich habe noch nie sowas gesehen. Mittlerweile sieht man es natürlich häufiger. Trotzdem sagt man es über dich aus, nach wie vor noch. Also das Thema, mit deinen Medien nutzen solltest du auf jeden Fall. Wenn du jetzt immer noch auf Zeitung setzt und auf das, was auf deinem Bulli steht, klar, das kann da stehen, da spricht nichts dagegen. Aber wenn du immer noch Zeitung, auf Radio oder, gut, für mich als Fernsehen, was ich leisten kann, setzt, dann hast du da irgendwo auch den, wie sagt man, den Zug verpasst, will ich nicht sagen. Aber dann hast du irgendwas verpasst auf jeden Fall, generell. Also da sollte man schon überlegen, auf die Medien zu gehen. Es lohnt sich einfach viel mehr finanziell. Und die letzte Sache, ich hatte ja angekündigt, das ist die Sache, was eigentlich klar ist, was aber irgendwie kaum einer macht, nämlich regelmäßig das Ganze. Also nicht nur einmal zu fragen, wen kennst du, sondern wirklich zu sagen, ich frage jeden Monat meine Leute. Nicht nur jetzt einmal auf der Website nur das einmal anzupassen, sondern wirklich in jedem Medium, was ich mache, das anzupassen. Nicht nur einmal zu suchen, sondern regelmäßig zu suchen, regelmäßig Werbung zu schalten. Bei uns mittlerweile so selbst Partner, die keine Mitarbeiter suchen, schalten trotzdem Werbung, weil die wissen genau, wenn da der Top-Mitarbeiter kommt, gerade um die Ecke, die nehmen den. Und das kann man halt wenig Budget bewerkstelligen. Mit ein paar hundert Euro im Monat kann man das schon bewerkstelligen. Ja, es geht einfach darum, setz dir vielleicht einen Termin in deinen Kalender jeden Monat, dass du einmal sagst, ey, jetzt gehe ich nochmal rum durch die Firma und frag nochmal hier, ey, kennt ihr nicht noch wen? Dass das auch bei dir sozusagen ein Ritual wird, dass du es immer und immer wieder machst. Weil nur das Ganze einmal jetzt zu fragen, wenn du jetzt einmal das Video hier gesehen hast, sagst du, okay, ich frage mal meine Leute, mach dir jetzt gerade einen Kalendereintrag in deinem Terminkalender, der poppt jeden, keine Ahnung, jeden ersten Monat oder so auf und dann weißt du es direkt. Genau das Gleiche mit den modernen Medien, ja. Ihr habt wahrscheinlich, du hast vielleicht eine Facebook-Seite oder so oder eine Instagram-Seite. Da nicht nur einmal schreiben, dass ihr Leute sucht, sondern auch wirklich jeden Monat oder vielleicht sogar wöchentlich, ja, immer verschiedene Stellen reinschreiben, vielleicht mal ein Foto von der Person, die da arbeitet und so weiter. Wenn du da Hilfe brauchst, melde ich auch gerne. Da können wir dir auch unter die Arme greifen, wie man das Ganze gut aufbauen kann. Aber das eben regelmäßig, ne? Das ist eben das Wichtige. Und ja, ansonsten, das ist hier wirklich halt einer der wichtigsten Punkte. Ja, vielleicht noch ein Gedanke am Ende jetzt, am Schluss des Videos. Es ist ja komplett normal bei der Kundengewinnung, dass man regelmäßig auch für Kunden wirbt. So, warum ist es für Mitarbeiter nicht normal? Warum sucht man da nur, wenn man gerade wirklich Leute sucht? Das macht ja eigentlich keinen Sinn so, ne? Man sollte ja eigentlich schon eine gewisse Marke aufbauen wollen. Und das ist halt an der Stelle ohne Regelmäßigkeit gar nicht möglich. Du wirst ja niemals eine Arbeitgebermarke ohne Regelmäßigkeit sein. Ja, wenn dir das Ganze gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben. Lass gerne einen Kommentar da, was dir vielleicht noch so einfällt. Und wenn da irgendwelche Fragen sind, auch da gerne in die Kommentare schreiben und abonniere den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.